Pastor Lau möchte Sie zu der folgenden Botschaft von New Hope International Church in Seattle, Washington begrüßen. Hier ist Pastor Lau's vom Heiligen Geist erfüllte Lehre, die ihr Leben mit Liebe, Hoffnung und Frieden in Jesus Christus ändern wird. Und nun Pastor Lau. Gestern Nacht oder gestern Abend hatten wir über die Gnade Gottes gelernt. Gestern haben wir erfahren, dass Gott zu einem bestimmten Maß gnädig ist. Aufgrund der Gnade Gottes sind wir heute den, den wir sein sollten. Und wenn mir auf meiner Webseite die Leute über meine Predigt lobten, oder meine Predigt lobten, habe ich nie gedacht, sie mögen es, weil ich ein toller Mensch bin. Es ist aufgrund der Gnade Gottes, warum ich heute den bin, den ich heute bin. Weil wir jetzt wissen, dass aufgrund der Gnade Gottes wir heute den sind, den wir jetzt sind, sollten wir unsere Gnade oder die Gnade Gottes nicht verschwenden. Wir sollten die Gnade Gottes effektiv nutzen, also dafür Nutzen finden. Wir sollten die Gnade Gottes dazu benutzen, um unsere Bestimmung zu erfüllen und die Aufgabe Gottes durchzuführen. Paulus sagte, dass nur durch die Gnade Gottes er zu dem geworden ist, was er war. Paulus hatte die Kirchen unterdrückt. Er lernte viel von dem Bruder, Barnabas. Aufgrund der Gnade Gottes war er der Leiter der Kirche in Antioch. Because of the grace of God, he was able to go through and endure and have victory over all the hardships that he has to face. Let us see what the Apostle Paul say in 1 Corinthians chapter 15 verses 9 to 10. 1 Corinthians chapter 15 verses 9 to 10. Lass uns sehen, was Paulus sagte im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 9 bis 10. Denn ich bin der Geringste der Apostel und eigentlich nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Doch was immer ich jetzt bin, das bin ich durch die Gnade Gottes. Und seine Gnade blieb in mir, nicht ohne Wirkung, denn ich habe härter gearbeitet, als alle anderen Apostel. Doch nicht habe ich gearbeitet, sondern Gott, der durch seine Gnade durch mich wirkte. Paulus sagte, dass er kein Apostel geworden wäre ohne die Gnade Gottes. Ohne die Gnade Gottes könnte ich das hier nicht auf Deutsch übersetzen. Aufgrund der Gnade Gottes können wir das sein, was wir jetzt sind. Und Paulus sagte in Vers 10, dass die Gnade nicht ohne Wirkung in ihm blieb. Paulus sagte, because I value the grace of God, I work harder than any other people. Und aufgrund dessen habe ich härter gearbeitet, als die anderen Apostel. In 1998. Ungefähr im Jahre 1998. Before 1998, I was not a very good preacher. In 1998, the Father of God touched my tongue. And the Lord spoke to me, from now on, your preaching will never be the same. Aber im Jahre 1998 hat das Feuer meine Zunge berührt. Und sagte, dass das meine Predigt verändern, oder die Art meiner Predigt verändern wird. And God told me, don't sell your teaching, just distribute out in the world for free of charge. Und Gott sagte zu mir, ich sollte meine Predigt nicht verkaufen, sondern einfach so austeilen. Zu der Zeit habe ich nicht verstanden, warum Gott das zu mir gesagt hatte. After that day, I noticed that my preaching was changed, and even had the power to touch people in their own home. Aber ich hatte gemerkt, dass meine Predigt sich verändert hatte, oder die Art, wie ich predige, verändert hatte. Weil ich sogar, dass es so kräftig ist, oder so kraftvoll ist, dass ich andere Leute in einer anderen Stadt berührt habe. I have three choices after I receive this grace. Nachdem ich diese Gnade erhalten habe, habe ich drei Auswahlen. The first choice is to use this grace to make money for myself. Erstens, ich kann diese Gnade benutzen, um Geld zu verdienen. The second choice, I just put this grace under the ground, bury it and do nothing about it. Und zweitens, ich kann es einfach unter der Erde vergraben und es vergessen. The third choice is to work hard and will not let the grace of God, that he gave to me, go in vain. Und die dritte Auswahl ist, dass ich so wie Paulus handle, und zwar, dass ich härter arbeite und damit meine Gnade eine Wirkung hat. God may give you the grace, that you are such an anointed singer, and every time you sing, the anointing comes down into the meeting. Gott möge vielleicht Ihnen die Gnade des Singens geben, sie singen so schön, dass die Seigung auf sie hinabrunterkommt. When you may have the grace of being administrator and organizer, so the pastor gives a job to you, she or he doesn't have to worry, you just think in detail, 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.3, you think in detail. Gott möge Ihnen vielleicht die Gnade des Organisierens oder der Verwaltung geben. Das heißt, die Leitung der Kirche oder der Pastor in der Kirche muss nicht mehr nachdenken, sondern sie denken für ihn nach und organisieren alles. Zum Beispiel, das ist 0,1, 0,2 und so weiter. God give you grace, that every business you touch, oh, money come in, money come in. Every time you massage somebody, they give you more tip, give you more money. Vielleicht haben sie auch die Gabe, dass wenn sie etwas berühren, zu Geld wird. Das heißt, wenn sie jemand massieren, dann bekommen sie mehr Trinkgeld. Gott gibt meiner Tochter die Gnade, die Tochter eines Neurochirurgen zu sein, um ihr Geld zu geben, um ja, auszugeben. The question is, what do you do with the grace that God has given to you? Die Frage ist nur, was machen sie mit der Gnade Gottes? Do you use that grace to just bless your flesh and live for yourself selfishly? Benutzen sie die Gnade dazu, um sich selbst zu erfüllen, das egoistisch zu benutzen? Or do you just bury that grace in the ground, leave it alone and just live day by day, you don't care? Oder vergraben sie ihre Gnade einfach unter der Erde und leben Tag für Tag oder in den Tag hinein? Or do you act like Paul, or Apostle Paul, that you allow the grace of God to produce more fruit and become more effective for the kingdom of God? Oder benutzen sie die Gnade Gottes wie Paulus, indem sie die Gnade dazu nutzen, um etwas zu bewirken? One day, all of us are going to stand before the judgment seat of Christ when he comes back. Wissen sie, dass sie von Jesus stehen werden am Tag des Gerichtes? Matthäus 16, 27 Matthäus 16, 26 Denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen und die Menschen nach ihrem Thun richten. On that day, when you stand before Jesus, he's going to judge you according to how you treat and use the grace that he has given to you. Am Tag des Gerichtes wird Jesus über sie richten und sagen und richten, was sie aus ihrer Gnade gemacht haben. The Bible says that we read in the book of Luke, the Bible says that from everyone who has been given much, much will be demanded. Erinnern sie sich an gestern, als wir aus der Bibel gelesen haben, im Lukas, dass, wenn wir mehr Gnade bekommen, umso mehr Verantwortung wir haben. What does it mean? It means that after he gave you the grace, he doesn't want you to just waste the grace away. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass, wenn er ihnen die Gnade gibt, sollen sie es nicht verschwenden. How do you respond to the grace of God? Wie reagieren sie auf die Gnade Gottes? Tonight I would like to encourage you to go home and think about what kind of grace that he has given to you. Heute Nacht möchte ich sie dazu ermutigen, über ihre Gnade nachzudenken. Was werden Sie mit der Gnade für das Königreich Gottes tun? Don't compare yourself with other people, just examine your own life. The Bible teaches that don't miss the grace of God. There is one passage in the Bible that the Thai Bible did not complete the translation in Hebrew, chapter 12, 14 to 17. Hebrews 12, 14 to 17. Versucht mit allen Menschen in Frieden zu leben und bemüht euch, ein heiliges Leben nach dem Willen Gottes zu führen. Denn wer nicht heilig ist, wird dem Herrn nicht sehen. Achtet aufeinander, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann, denn sonst wird sie euch zur Last werden. Und viele durch ihr Gift verderben, sorgt dafür, dass niemand wie Esau ein unsüchtiges oder gottloses Leben führt. Er verkaufte sein Geburtsrecht als Ältester für eine einzige Mahlzeit. Und als er dann später den Segen seines Vaters wollte, wurde er abgewiesen. Da war es zu spät zur Umkehr, obwohl er bittere Tränen vergoss. In der Thai-Bibel, es sagt nur, dass nicht die Root der Bittenheit in euch springen. Aber dann miss die ganze Sitzung in der Thai-Bibel. Dass nicht die Gnade Gottes verhindern oder nicht die Gnade Gottes verhindern. Die thailändische Bibel versäumt den 15. Vers oder den ganzen Satz ausgelassen. Und zwar, dass man die Gnade Gottes nicht versäumen soll. Die Bibel lehrt uns, dass wir die Gnade Gottes nicht versäumen sollen und auch nicht verschwenden sollten. Und die Bibel erzählt, oder in der Bibel steht es über die bittere Wurzel. Was wir uns zu missen, die Gnade, und nicht die Gnade der Gnade der Gnade für die Fulness. Die Bibel benutzt das Wort RUT. Der Grund, warum wir die Gnade Gottes versäumen, nennt die Bibel bittere Wurzel. Das Wort RUT kommt aus dem Alten Testament im 1. Mose. 5. Mose 29.18 Im 5. Mose 29.18 steht es dringe Niemand, der diese Warnung hört, soll sich einreden. Es wird mir schon nicht schaden, wenn ich die Gebote Gottes nicht beachte. Das würde seinen Untergang bedeuten. In Deutschland ist es dringend. Gnade. Ist nicht 29.17. Ah. Ah. Es ist in der, ähm, äh, in Deutschland ist es der Warnung before. Oh, okay, go ahead and read. In der deutschen Bibel steht es im 5. Mose, Kapitel 29, Vers 17. Kein Mann, keine Frau, keine Familie und kein Stamm von euch soll sich mehr vom Herrn, unseren Gott, abwenden und die Götter dieser fremden Völker verehren, damit keine Wurzel unter euch bittere und giftige Früchte trägt. In der alten Testament wird von der Wurzel geredet, die zum Bitterem oder zum Giftigen führt. This scripture talks about a person or a man or a woman who loves other things in the world more than God. We call it Idolatry. Und in diesem Vers wird davon gesprochen, dass man etwas mehr liebt als Gott und das nennt man Ideologie. The book of Hebrew talks about a man who has this root. His name is Esau. Hebrew-Bottesip-Song baut war, Jokto-Yang-Thing-Kon-Kon-Ning-Thi-Mi-Ra-Kan-Ni-Ka-Ki-E-Sau. Und im Hebräer Brief stand drin, dass der Mann Esau diese Wurzel hatte. Esau should seek the kingdom first by obtaining the firstborn right. Esau sollte eigentlich zuerst den Königreich aufsuchen oder die Gnade aufsuchen und es war das Recht der Erstgeburt. Aber Esau liebte die Mahlzeit mehr als Gott. Vielleicht haben Sie so viel Gnade, aber Sie haben einen hübschen Mann oder eine hübsche Frau, die hinter Ihnen Herr ist. So, first your name is Dan. Angenommen, ihr Name ist Dan. That handsome young man say to you, Dan, don't go to the camp, don't go to translate, just stay with me for the party, let's have fun. Und der junge Mann sagt zu Dan, dann geh nicht zur Versammlung, übersetze nicht, bleibe lieber bei mir und lass uns eine Party feiern. Die Wahl besteht darin, ob Sie die Suppe nehmen, also den jungen Mann oder die junge Frau dementsprechend, oder das Recht aufs Übersetzen, also die Gnade Gottes. Sie würden vielleicht befördert werden, aber Sie müssen jeden Sonntag arbeiten. Sie haben dann die Wahl, die Suppe, also das Geld, oder die Kirche, die Gemeinde am Sonntag. Ich bin mir sicher, dass jeder hier von uns, inklusive mir, dass wir den Fehler gemacht haben, dass wir die Suppe ausgesucht haben. Aber das macht nichts, es ist die Vergangenheit. Wir müssen nur heute darauf achten, dass wir das Richtige aussuchen. Wer sagt, dass diese bittere Wurzel nicht in meinem Leben sein soll. Wer sagt, ich suche zuerst Gott. Amen. Halleluja. Wenn Sie das Königreich Gottes auswählen und die Gnade Gottes annehmen, dann werden Sie noch mehr Gnade bekommen. Und es geht immer mehr, immer mehr, immer mehr. Gott sagt, ich gebe Gnade den, die sich untergeben. Ist es möglich, dass wir nächstes Jahr mehr Gnade bekommen als dieses Jahr? In diesem August-Camp in Seattle, werde ich euch erzählen, wie wir mehr Gnade bekommen können in unserem Leben. In der nächsten Versammlung in Seattle, in August, werde ich darüber lernen, wie man mehr Gnade bekommen kann. Es ist nichts besser, als die Gnade Gottes zu bekommen. Sie hatte gesagt, werden Sie uns heute Nacht lernen. Dann hatte er gesagt, das ist nur die Einleitung. Du musst dich untergeben. Wenn Sie genug Gnade in sich besitzen, dann werden Sie nie fehlschlagen, dann werden Sie nie hinfallen. Oder in irgendetwas fehlschlagen. Ich werde die letzten Versammlung der Bibel lesen, 2. Korinther 12, 9-10. 2. Korinther 12, 9-10. Im 2. Korinther 12, 9-10. Jedes Mal sagte er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Da ich weiß, dass es für Christus geschieht, bin ich mit meinen Schwächen, Entbehrung, Schwierigkeiten, Verfolgung und Beschimpfung versöhnt. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Sie mögen vielleicht sagen, ich bin ein Israel-Mädchen und ich bin gerade nach Deutschland gezogen. Ich kann nicht so gut Deutsch sprechen. Und ich bin schwach verglichen zu anderen Leuten. Wie kann ich Erfolg haben als ein Mädchen aus Isan? Wenn Sie genug Gnade haben, Sie können es tun. Amen? Wer will mehr Gnade bekommen? Wissen Sie, warum ich die Wiederbelebung liebe? Wissen Sie, warum die Kirche mit der Wiederbelebung oder dem Heiligen Geist mehr Erfolg haben? Sie können zwischen zwei Sachen auswählen. Sie gehen in die Kirche und sagen, ich bin ein alter Believer, ich weiß viel Bibel, ich werde euch erzählen. Ich mag das nicht, wenn es zu fallen. Dann bin ich mit dem Boot. Ich bin Christus-Tiergau. Ich bin Rupakampi. Die erste Wahl ist, ich bin ein alter Christ. Ich weiß alles in der Bibel Bescheid. Ich mag das nicht, das Hinfallen. Ich bin der Boss hier. Und die andere Wahl ist, wie ein Kind aufzutreten. Was denken Sie, welchen Christ Gott mehr Gnade geben wird? Dem alten oder dem der... He-He. ... You sit on the chair. You put your feet up. Sie setzen sich hin und schauen zu, wie den Leuten die Hand aufgelegt wird und wie sie hinfallen und sagen sich, ich bin ein alter Christ, so ein Schwachsinn. Auwardlich, you may not act that way, but inside you, you act, you think that way, you are prideful. But another person, run out. Careful me, touch me. Aber dann, die andere Art von Christ würde rausrennen und sagen, Ich bin Mörder! Und wenn der Prediger kommt und die Hand auf sie legt, dann fallen sie hin und lachen wie Verrückter. Was denken Sie, welchen Christ bevorzugt Gott? Gott liebt die Untergebenen oder die sich ergeben und er wird denen, die sich untergeben, die Gnade geben. Die Gemeinde, die an die Wiederbelebung glaubt oder an das Wort Gottes, wird genug oder viel Gnade bekommen und Erfolg in jeder Lage haben. Mein Schwiegersohn, ein großer Amerikaner, der sich die Hand auferlegen lässt, ging hinaus und lachte. Und die anderen Amerikaner dachten, was ist denn das für einer? Er bekommt jedes halbe Jahr eine Gehaltserhöhung. Er bekommt mehr Provision als jeder andere Mitarbeiter in seiner Firma. Gott gibt Gnade dem, die sich untergeben. Wer untergibt sich heute? Wer ist heute humble? Wer ist heute? Wer ist heute? Wer ist heute? Wer ist heute? Ich? Ich? Halleluja! Möge Gott heute Nacht die Gnade auf sie regnen lassen. Die Gnade Gottes kommt vom Heiligen Geist. Die Gnade Gottes kommt vom Heiligen Geist. Ein anderer Name für den Heiligen Geist ist der Geist der Gnade. Der Geist der Gnade bringt die Gnade zu uns. Amen? Amen. Vater, Vater, ich, Herr, ich bete für die Gnade. May the Lord give us more increased grace touch our life tonight. Möge Gott mir mehr Gnade geben in meinem Leben. We promised you that we will not waste the grace of God away. Wir versprechen dir, Herr, die Gnade Gottes nicht zu verschwenden. We will not be like Esau. Wir werden nicht wie Esau sein. We will love you more than the things of the world. Wir werden dich mehr lieben als die Dinge der Erde. In Jesus' name we pray. Im Namen Jesu Christi beten wir. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Who is a big, big job to receive more grace today? Hallelujah. Hallelujah. The glory is here. Wir hoffen, dass Ihnen diese Botschaft gedient hat. Wenn Sie mehr Informationen über New Hope International Church oder andere CD-Lehren möchten, rufen Sie uns bitte abends nach 18 Uhr unter der Rufnummer 001-206-275-1042 an. Sie können auch gerne unsere Webseite unter www.newhopeinternationalchurch besuchen. Ich buchstabiere New Hope International Church. N-E-W-H-O-P-E-I-N-T-I-R-N-A-T-I-O-N-A-L-C-H-U-R-C-H.com Vielen Dank. I take him now. I take him now. Forget about everything else and focus in on him right now. Oh, the glory is here. Yes, God's glory. Yes, God's glory is here. I can sense his mighty presence. I can sense his mighty presence. In the very atmosphere. In the very atmosphere. So whatever you may need. So whatever you may need. You just reach out. You just reach out. And receive. And say it's mine. And say it's mine. I take it now. I take it now. God's power is here. Oh, God's power is here. Yes, God's power is here. Yes, God's power is here. I can sense his mighty presence. I can sense his mighty presence. And say it's mine. And say it's mine. And say it's mine. You just reach out. And say it's mine. And say it's mine. So whatever you may need. I take it now I take it now